Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising World Evolution Folge 28 Das ist jetzt vier Wochen, würde ich sagen So Ja, ich muss hier erstmal ein bisschen, weil beim anderen läuft alles glatt Äh, 18 Millionen Wie ist es jeder? Ja, erstmal hier ein bisschen bleiben Äh, komm her Guck mal Triozeratopsen Ich muss im Park Willkommen heißen zu dürfen Liebe Gäste, wir sind hoch und freut einen Trio B-Most 400.000 Guck mal Komm Woh Ich fülle dich Uuh Ich bin im Park ich wollte nicht so gut egal was der unterstation so Ich muss jetzt hier irgendwas... Egal. Das brauche ich später nochmal. Das hat jetzt im Unternehmen keinen Strom. Oh, jetzt haben wir einen Rangestaktion. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt auf die Liste! 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 Wo ist es noch zu? Achso. Das ist nur gut. Das ist nur gut. Wir brauchen neue Ideen, um unsere Gäste zu unterhalten. Den Wow-Faktor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Das ist ein Serathosaurus. Das ist ein Serathosaurus. Das ist ein Serathosaurus. Das ist eine Aufgabe. Welches muss aufgeladen werden? Das ist ein Serathosaurus. 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 Nein! Nein! Abbrechen! Oh, das war's. ja warum kriege ich jetzt das mit abgehakt, ich hab den doch freigelassen in einem Helmet entwickelt bleiben wieso kommt jetzt was draus? Dr. Durr hier, ich habe einen weiteren Auftrag für Sie Sorgen, dass über 60% dieser Insel von Sturmabwehrstationen abgedeckt werden Das Wetter an sich macht mir keine Sorgen, eher das was es anrichten kann Die Geschichte hat gezeigt, dass einige Jurassic-Anlagen dem Wetter nicht standhalten konnten und sich daraus schlechte Situationen ergaben 100.000 Gut, das machen wir in der nächsten Folge, bis dann Tschüss, bis dann